Happy Birthday Shailantra Das, Happy Birthday Saif Khan, Happy Birthday MD Ujjayif Ali, Happy Birthday MD Mai Jojib, Happy Birthday Bonjour Arakatun, Happy Birthday Shifram Royale, Happy Birthday Shiva, Happy Birthday Faiya Sandor Junior, Happy Birthday Dan Singh, Happy Birthday Pavan Kumar, Happy Birthday Chakal Manihi. Ich vermute dir Frühfeier und BR-Rick. Viel Spaß. Okay, es geht los. Wie ihr seht, ich hab jetzt die Frühfeier weg. Battle Royale, Battle in Style. Ich weiß allerdings nicht, was das bedeutet. Ich will einen Spieler erheben. In 30 Minuten. Also du musst hier einen Spieler erheben. Das muss ich eigentlich schaffen. Eigentlich. Oder rechts ist auch noch einer. Lass ihn aber nicht drauf. Okay. Keulen wir schon. Erkältet bin ich auch noch. Oh. Oh. In der Mitte wird eingetre про�i. Oh. As bin ich schnell. Oh. 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 es geht sich automatisch hin besser unterschied bei max ich weiß noch nicht auch im rucksack gut die kraft ist wieder hoch eingestellt ich muss ein bisschen unterstellen damit es ein bisschen flüssiger läuft das ziel geht nicht mehr automatisch was ist denn hier los nein auch zehn kills das ist keine munition mehr und dann bin ich jetzt sicher das ist eine truische oder mannach ok gut was war das warte ich weiß schon ab 300 wenn wir mal weiter die bank ist aber ganz schön groß das zeichen da unten heißt das dick fest läuft aus mit den zehn kills das ist auch so was Luftangriff, weg hier! TRIPLE KILL! 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 Killing Spree 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 Aber, Runde 2. Dann muss ich gleich mal auf Toiletten vorliegen. Sprennend. Das ist erstmal hart. Oh, das ist die größte 10 Minuten Zeit. Da hab ich 4.000. So viel das schaffen. 4.000. Das sind doch verrückt. Schauen wir mal nach, ob man hier gleich was finden. Okay, hier schon mal was. 100 habe ich schon. So, 400 haben wir schon. Scharfschützengewehr haben wir. Schön. Nehmen Katana. Nehmen Katana. Katana. Die will ich nicht. Die Acker. Genau. Die Acker. Die Acker. Ich glaub hier muss er gleich ein bisschen mit dem Auto fahren. Schauen wir nochmal hier nach. Okay. Da hinten läuft einer. Das war's. Ja. Die Acker. Aber das weiß einer. Da. 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 Oh, nice! Ich will doch mit dem Auto fahren. Jetzt laufe ich doch alles hier. Ah. Oder was es kalt ist? Ha! Da war auch noch ein Auto. So, ein weiter Weg. Da trinke ich erst meinen Tee drauf. Oh. Ich bin beschossen. Oh. 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 da ist doch äh mit 4.000 schaff ich leider nicht ne 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 wären nur am lau- die 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 Laufen, Laufen, Laufen Ich hab gerade mal tausend Auf 3 ist es Die Wand ist immer noch schneller als ich Hab mich gleich eingerollt Nein Achja Da läuft einer Wenn er schießt, muss ich auch schießen Ich muss ihn so schießen Aber Wenn er nicht schießt, lauf ich Rampage Rampage Killing Spree Killing Spree Killing Spree Killing Spree Killing Spree Gibt's Gibt's da nicht Da gibt's da welche Die machen da so ein Duell Das sind meistens NPCs Aber trotzdem NPCs Killing Spree 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 Killing Spree